Stell dir vor, du bist eine ganz normale, junge, gesunde Frau. Du bist nicht zu dick und nicht zu dünn. Eben ganz normal. Doch plötzlich verändert sich alles. Du hast Schmerzen und dein Körper beginnt sich unkontrolliert zu verändern. Du kannst es nicht aufhalten und du weißt nicht, wo es enden wird. Die Menschen um dich herum nehmen dich anders wahr. Du verlierst dein Selbstwertgefühl und du verlierst dich selbst, weil du nicht verstehst, was mit dir passiert. Du weißt, du bist krank, doch es glaubt dir keiner, denn die Schmerzen kann man nicht sehen. Nur Äußerlichkeiten scheinen zu zählen. Dabei bist du eigentlich ganz normal. Nur gefangen in einer kranken Hülle. Lipödem ist eine schmerzhafte Krankheit. Lipödem ist keine Ausrede. Informiere dich und hilf mit aufzuklären.